Solange die Edge sterben, dann leben wir. Solange die Edge sterben, macht er bloß nicht. Setzen. Die Beams kommen bei gelb und rot. Ich werde gleich mitlaufen. Pass auf eurem Leben. Oh, leider haben wir nicht Zeit euch zu halten. 4 Sekunden noch. Noch neue Edge. Ich bin hier genau richtig. Die Beamster sind rot und gelb. Okay... Und verteilen. Ich baubere ein bisschen Los, darauf ist es nicht. Das ist vorbei, muss ich gleich mit dem Deck vom Boss. Ich guck wo die Erdskorn. Der Rot, Rot, Rot. Du bist äußerst der Gap, äußerst der Gap. Ich bin jetzt aus. Oh, das ist ein Böchner. Das ist ein Böchner, das ist ein Böchner. Oh ja. Probier doch mal noch. Probier Verteilung, das Feuer neben mir auch. Ich gar nicht. Gut. Gut. Perfekt. Ich bin ein kleines Slave oder was. Alles gut. So, ich muss dann direkt hierbleiben. Bei Gap. Ja, ja, ja. Da kommen wir ja. Ja, ja, ja. Ich habe den Bauschütz meine Nutz. Ich mach die Erste. Bei der Unterhaltung auf das ZD auf die Ads zieh. Und nach dem Boss zu verrät, das wird er wirklich nicht Wellen. Böchner Möchner 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 Möchtner. denn auf euer Leben achten alle Betten, die ihr überhaupt habt, dann hast du das quasi tot. Ich hab ein paar Angriffe noch. Ja, der Inter ist zurückgekommen. Wir müssen jetzt gleich weg, du musst noch einnehmen. Oh, ich hab's halt nicht in range. Ich bin in einer anderen Gruppe. Geh runter. Ne, einfach so schön. Ich geh runter. Äh, Achtung, Jeremy. Geh runter, aber pass auf, das ist nicht gut. Ich gucke einfach runter. Da sind die Beats. Da sind die Beats. My Spies will provide access to the barracks above. Move switch.